Kein gewöhnlicher Unterricht erwartete am Dienstag die Schüler und Schülerinnen der Klasse 3b der Paul-Sillus-Schule Jever. Ein Einblick in die Welt des Radios und Hörspiels boten ihn Lena Maria Reas und Alexander Gerhard vom Team des NDR, die gemeinsam mit den Kindern ein Stück einsprachen. Die Geschichte, die Sache mit dem Radio, ein neuer Fall für Tiger 4, wurde extra für die Unterrichtsbesuche geschrieben. Das Hörspiel enthält besonders viele Charaktere, sodass jedes Kind mitwirken kann. Nach den Aufnahmen Schnitttoningenieur Alexander Gerhard das Hörspiel passend zusammen. Am Ende des Projekttags erhält jedes Kind eine CD des fertigen Stücks.